So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Das müsste Folge 25 oder 26 sein. Und ich komme hier gerade nicht weiter. Ich stehe auf dem Schlauch. Probieren wir es nochmal so rum. Irgendein Vieh verfolgt mich. Wow. Wow, wow, wow. Wo bin ich denn jetzt? Licht, Licht, Licht. Scheiße. Oh, oh. Da hat es mich erwischt. Okay, warte. Erstmal wieder aufmachen. Ich bin hier rein, dann da rein. Nein. Jetzt nochmal das Buch. Kann ich skillen? Kann ich skillpunkte ausgeben? Nein. Hier rein, dann da rein. Ich bin gerade zu blöd. Hier rein. Da ging es weiter. Da wohl nicht. Destinier. Es ist verabschiedet. So. Dann müssen wir hier raus. Jetzt geht das schon wieder hier rüber. Aha. Na. Na. Da. Na. Oh, ich brauche unbedingt neues Öl, so. Hier, dann hier, hier, Küche. Dann komme ich noch einen Raum weiter. Hier, da oben. Ähm, hier? Schlecht, schlecht, schlecht. Ich brauche neues Lampenöl. Oh, da schleicht schon wieder das Vieh. Ähm. Toc, Toc, Cohen. Donnerin. Shit. Da hinten ist eine Wand. Runter. Blöd. Scheiße. Oh, jetzt wird bald das Öl ausgehen. Scheiße. Da. Da, da... Zu blöd. Zu blöd! Bringt nichts. Mist. Mist, Mist, Mist. Schaffen wir's noch jetzt zum Öl? Ja... Das ist auch noch nicht dran. Wer flixt. Oh, hier. Waschraum. Gott, komplett verlaufen. annya Angriff Entschung der Ach, hier unten. Das habe ich übersehen. Sie treten Mächeln, gegen die sie nicht gewachsen sind. Jetzt hier. Ich könnte noch ein bisschen Öl gebrauchen. Natürlich wieder durch die Wand. Auch zu. Ähm. Lass mal Öl auffüllen. So. Keine Chance. Auch nicht. Lagerraum. Toilette. Küche. Küche. Küche ist überhaupt nichts. Ich brauche einen Grundriss von der Bute hier. Ja. Scheiße. Scheiß Zeug. Scheiße. Mist. Außen rum, außen rum, außen rum. Außen rum. Da, 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 da. Okay, Waschraum. Was soll ich jetzt schon wieder im Waschraum? Waschraum? Hier ging es nicht weiter. Ging es hier in den Waschraum? Achso, ist die Ärztin hier im Waschraum zu finden? Nö. Geht nicht. Ah, Mann. Blöd Mist Scheiße. Ja. 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 Warum hier ein Waschraum? Okay, dann schauen wir mal im Waschraum weiter nach. Ja. 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 Das kann ja nur als Notausgang zählen. Ja. 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 Oh, schau. Okay, ich steh aufm Schlauch. Soll ich hier im Waschraum sterben? Bis zum Waschraum und nicht weiter. Oh komm, dann lassen wir uns mal sterben hier. Oder? Ja. Waschraum. Jetzt haben wir ja keine Ölprobleme. Jetzt können wir hier in aller Ruhe mal reinschauen. Da ist zu. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Von hier kommen wir immer. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Jetzt kommen wir hier vorne wieder an der Rezeption raus. Hier geht's los. Voller. Okay, wenn ich die Tür jetzt geöffnet habe. Heißt das, die ist beim nächsten Mal auch auf? Ah verdammt. Na gut. Gut. Wow. Oh. Du dummes Vieh. Oh Gott. So. Jetzt können wir hier bei Fuller rein. Oh, das dumme, dumme Vieh. Jetzt dürfen wir hier runter. Wobei. Wobei. Ich glaube, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ja. Warte. Geht das hier auch? Jetzt auf? Okay. Es geht jetzt alles auf. Ähm. Ja. Ja. Wir enden hier die Folge. Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal bei Call of Cthulhu. Tschüss. Ciao. Und Bye. Bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020